Wir leben in einem Zeitalter ständig zunehmender Informationsdichte. In vielen Bereichen unseres hochtechnisierten Lebens ist und bleibt die Sprachkommunikation eine der wichtigsten Aufgaben. Eine gute Sprachverständigung erfordert professionelles Zubehör, besonders unter rauen Umweltbedingungen, in lauter Umgebung oder da, wo die Sicherheit von Menschen schnelles und präzises Handeln erfordert. Diesen Herausforderungen stellt sich seit über 50 Jahren erfolgreich die Firma Holmberg. Im Herzen Berlins ansässig entwickeln und produzieren wir elektroakustische Geräte für Spezialanwendungen, die unter dem Warenzeichen Holmco auf der ganzen Welt bekannt sind. Sprachübertragung beginnt beim Menschen und endet beim Menschen. Der Schall der Stimme muss in elektrische Signale umgewandelt werden. Diese werden beim Empfänger wieder in hörbaren Schall zurückverwandelt. Diesem Zweck dienen elektroakustische Schallwandler. Ihre Qualität entscheidet maßgeblich über die Sprachverständlichkeit der Übertragung. Unsere besondere Kompetenz in Sachen Elektroakustik beweisen wir durch die Fertigung von mehr als 600 verschiedenen Schallwandlertypen. Jeder einzelne wurde von unseren Ingenieuren für ein spezielles Einsatzgebiet entwickelt, ist sorgfältig getestet worden und wird nach patentierten Verfahren gefertigt. Wir leisten uns den Luxus einer manuellen Schallwandlerfertigung, bei der wir alle Eigenschaften der Produkte gezielt kontrollieren können. Unsere jahrzehntelange Erfahrung fließt unmittelbar in die Qualität der Produkte ein. Mit größter Sorgfalt werden die einzelnen Komponenten gefertigt und zu hochwertigen elektroakustischen Bauelementen zusammengefügt. Holmko Schallwandler zeichnen sich durch hohe Klimafestigkeit, lange Lebensdauer und hervorragende elektroakustische Eigenschaften aus. Alle Parameter dieser hochwertigen Bauelemente sind optimal auf ihren Anwendungsfall abgestimmt. Die Schallwandler sind das Herzstück unserer Produkte. Sie bilden die solide Basis für eine Palette von über 3000 verschiedenen Erzeugnissen, Schwanenhalsmikrofone und Tischsprechstellen, Mikrofonköpfe, Handmikrofone, Helmgarnituren, Handapparate, Hörsprechgarnituren und ausgesuchte Produkte für die zivile Luftfahrt. Eine flexible Fertigung und qualifiziertes Fachpersonal ermöglichen auch die Umsetzung sehr spezieller Kundenwünsche. Das Unternehmen arbeitet nach einem Qualitätsmanagementsystem gemäß DIN EN ISO 9001 und ist zertifiziert als Hersteller und Instandhaltungsbetrieb für Luftfahrtgeräte. Holmko Produkte werden mit modernsten Mitteln entwickeln. Die Fertigung unserer Erzeugnisse erfolgt mit größtem Sorgfalt. Bereits während ihrer Entwicklung werden Holmko Produkte strengsten Prüfungen unterzogen. Die besonderen Eigenschaften unserer Produkte werden ständig kontrolliert, damit sie im praktischen Einsatz allen Belastungen standhalten. Eine hundertprozentige Qualitätskontrolle aller Produkte garantiert gleichbleibende Parameter und eine lange Lebensdauer. Für Luftfahrterzeugnisse werden die Ergebnisse der Endprüfung dokumentiert und zehn Jahre lang im Archiv aufbewahrt. Bei über 200 Fluggesellschaften sind Holmko Produkte täglich im Einsatz. Reparaturen durch fachlich geschultes Personal gehören ebenso zu unserem Leistungsumfang wie Ersatzteillieferungen über viele Jahre. Holmko Produkte sind überall dort zu finden, wo unter den Konditionen einer rauen Umwelt und lärmerfüllter Umgebung eine professionelle Sprachübertragung realisiert werden muss. Unsere Kunden sind Spezialisten, die oftmals den Belastungen extremer äußerer Bedingungen ausgesetzt sind. Ihr Anspruch an Qualität und Zuverlässigkeit führt Sie stets aufs Neue zur Entscheidung für Produkte mit dem Markenzeichen Holmko. Holmko – ein Name, dem Anwender aus Erfahrung vertrauen. Holmko – immer eine gute Verbindung. Holmko – Untertitelung des ZDF, 2020